Vergase! Vergase! Okay, dann dir noch einen schönen Abend! Vergase! Vergase! Ähm, bist du schon wiedergekommen? Ach, hier ist Tiki. Äh, ich brauch Silber. Ähm, ich hab nur 8 Stück. Wir könnten kurz Silber farmen oder hast du 2 Barren rumgelegen? Alter! Ich kann voll die Ultra-OP-Waffe machen, guck mal hier! Ich muss auf mein Schiff schauen. Hm, du brauchst nur 2 Stück. Die restlichen 8 würde ich dir dann donaten. Alter, die im Kaffee ist der OP. Und, nervig? Hehehehe. Nerv. Ich muss jetzt erst mal was in meine Kiste packen hier. Warte, es ist hier ein Alien. Verbrenne! Aber rechtlich los, das explodiert dann automatisch, wenn ich keine Energie mehr habe. Schokolade? Schokolade. Schokolade! Oh, ich hab voll Gas hier, irgendwie kann das sein. Ähm, Stiki, guck mal, ob du Silber findest, ansonsten geh ich mal ganz kurz meine Sachen sortieren und dann such ich mal schnell ein paar Silber für dich zusammen. Ich vergaß ein Raumschiff! Kannst du bitte aufhören, mir an Dauern zu folgen? Das nervt mittlerweile. Ich will doch nur auf den Planeten. Lol! Ich bin das Pilot. Hallo! Verpiss dich. Ich kann dich eh nicht steuern. Ja, ich warte. So, kurz aufladen. Komm ruhig der rein! Kann man mein Schiff irgendwie sperren? 20 Eisen machen, aber kein Silber Du kannst Eisen machen, aber kein Silber Ich hole noch Gold Oh, dann sind alle Pflanzen gewachsen Ja, ich bin schon in Arbeit Ganz kurz, ich ernte einmal alles ab Und danach gehe ich mal ganz kurz gucken, ob ich Auf die Schnelle mal ein bisschen Silber finde Dankeschön Die Waffe finde ich so OP Seitdem ich das weiß mit dem Gas Das ist so falsch Weißt du, was falsch ist, dass man in Auschwitz Ein Gas-Pokémon finden kann Oh, Quats Bei Pokémon Go Das ist halt echt schlimm Was denn? Realistisch Und schlimm Das Gas explodiert nicht, wenn es Wasser berührt Ja, das ist realistisch Das ist halt Gas, ne? Ja, wir haben das Spiel realistisch Naja, wir haben Schwerkraft und alles andere Und I don't know Wie hast du denn bei deinem Raumschiff diese Zwischenplatten eingefügt? Zwischenplatten? Ähm, das sind Wooden Support Teile Ich glaube, die sind Sind die im normalen Crafting-Menü? Ja Die kannst du unten machen Wooden Plattform? Wooden Plattform, genau Okay Er ist ein Leben Er hat immer Plant Fibre Versuch's doch mal mit Wasser Dann musst du noch mehr machen, falls das geht Was genau meinst du gerade? Ich glaube, wir haben gerade ein bisschen aus dem Kontext gerutscht So, aber jetzt werde ich mir erst mal hier ein bisschen Silber holen Wow, ich bin gestorben Geht's jetzt Ist ja richtig mein Elf für den Der CJ, damit ich wieder auf Dings machen kann Meine Elf holen kann Ich will meinen Flammenwerfer wieder Leader Hey, toll Achso, hello, ich hab keinen Elf verloren Doch, den Flammenwerfer nicht Ich hab den Flammenwerfer nicht verloren Ja Bitte nimm doch einfach meinen Flammenwerfer weg, ey Warum? Das ist mein Bestes, ähm, Waffe, die ich brauche Die nervigste Ja, obwohl, die AK war auch schlimmer Ja Achso, farmwasser Mach, CJ, mach doch einfach deine SFX leiser Hab ich schon, ich hab die schon extrem leise gestellt Ja, ich auch, aber ich hör das trotzdem kaum Hey lol, warum, warum ist das nervig da? Weil du es immer auf mich machst Sorry GG, das fiege ich gerade einfach durch meine Flamme durch Obwohl es ein freundlich ist, machbar Ich glaube, das ist gar nicht mal so eine schlechte Idee Die, äh, die Marinko gerade hier hat Ähm, ich glaube, wir werden Das Meme wirklich in ein Ernst gemeintes Etwas umwandeln Wir werden uns nämlich ein riesiges Reisfeld anbauen Das müssen wir nämlich nicht die ganze Zeit wässern Oh nein Welcome to the Reisfield Ja, ich kann mit dem Flammenwerfer einfach mal Äh, äh, Pixel-Dings-Kapseln abbauen Was? Das ist schon geiler Flammenwerfer Ich spiel Metroid Okay Ach, wegen dem Ball, ne? Jo, ich find den mega geil Ja, 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 wir kriegen den auch bald Wenn wir, oder zumindest ich vielleicht Er vielleicht, er weiß ich ja nicht Ja, Gold Den Ball Den Ball werden wir eben auch noch holen Es dauert halt noch ein Stück, dass wir Gold zusammen haben Aber ehrlich gesagt, ich bin den Planeten hier relativ human Also ich hab nicht wirklich das Verlangen hier schnellstmöglichst wegzukommen Was? Naja, vielleicht gibt's noch bessere Planeten Die sind mit den Augen beim zum Beispiel sind komisch Die Hentai-Planeten Nee, danke Nicht, ja Ich will's gar nicht wissen Es gibt Tentakel-Planeten Zumindest gab's die in der Beta Es gibt die immer noch bestimmt Ja, natürlich Wollen wir es dir von mir nicht mehr geben Würde ja dann sogar, sogar zur Story passen Ja, stimmt Den in Erde Vielleicht ist es sogar eine, der ist eine noch in die Erde Ist das Silber? Nice Mein Schiff ist wieder schön Und ich fall wieder runter Ich bin so Pro So Wir haben Silber Hallo Ich hab dir das Silber auch vorbeigebracht Kann ich Gold haben? Kannst du Gold, wenn du Gold findest, mir 4 geben? Nur 4? Das reicht schon, also 4 Gold Warte mal, ist das da oben Gold? Nee, dann hab ich keins Wie viel Ohr sind denn ein Barren? Weißt du das gerade? Auf die Schnelle? I don't know Wo ist Steine? Ich kann unter Wasser Feuer machen Da kommt das Feuergeräusch Aber es kommt kein Feuer Ich hab den Facken vergessen Ich hab den Facken vergessen Ich hab den Facken vergessen Wir gehen aber so wie sie Da ist noch Silber Das sollte reichen für 2 Barren Ohne Probleme Was ist das, ist das Silber oder Kupfer? Das ist Kupfer, das brauche ich nicht. Eat your game. And die. Entschuldigung. Kann man unter Wasser genauso schnell abbauen? Ja, weißt du es nicht. Das ist das nicht Minecraft-like. Ja, zu Glück. Da ist ein Bassmaster. Easy kill. Na ja, geht so, halb Bassmaster. So ein großes Gegner, Gegner. Die sind manchmal... Gehst du noch weiter erkunden oder kommst du nach oben mit? Ich hole Plan 5 noch. Wenn du mir zeigst, wohin. Folge mir einfach. Ich habe den direkten Weg noch. Ungefähr im Kopf. Den direkten Weg ungefähr im Kopf. Den direkten Weg vor allen Dingen dann. Ja, natürlich. Ja, warte. So. Ich mache eben Licht in meinem Raum an. Da zum Glück ist mein Kopf vor ihrer Kabel. Genau lang. Äh, da drüben. Im ungefähr, wie ich schon gesagt. Fuck. Wie die, wie viel Dings nicht draufgekommen hast. Äh, Salben nicht draufgekommen hast. Ja, Salben. Alle diese kleinen Scheißviecher haben entweder eine extreme Defense oder einen wahnsinnigen Hand... oder wahnsinnig verleben. So. Ich habe noch ein paar Reifen. Welche Viecher denn? Äh, diese... ...starreligen Schnecken? Äh, ja, die haben so viele Defense. Ja, muss es sein. Lol, aber die sind machtlos gegen meinen Giftbogen. Gigi. Du bist schon wieder Giftbogen. Hat er schon vorher gehabt. Den habe ich von der Quest bekommen. Von der Crystal... ...Iridium Dings. 57, 57 Salben sollten reichen, oder? Ja. Leute, der Stand gerade blockt. Wie? Hammergeil. Du tust ernsthaft blocken mit dem Schild. Das finde ich mega. Ja. Äh, ich habe... Der Flamme hat ja keine Einhandswaffe. Deswegen kann ich die blocken dann nicht. Ich kann auch die ganze Zeit angreifen. Hm. Ach, wenn ich dreimal diese Gasattacke mache, geht die Gegner auch tot. Okay, dann ist die Gasattacke stärker als der Flamme. Das kostet auch weniger Energie. Ich habe gerade irgendwie so ein Special-Geräusch gehört. Wahrscheinlich, wenn du perfekt blocken tust. Wahrscheinlich. Oder vielleicht... Was? Gegner irgendwo gespawnt? Ups. Geil, Vögel rennen meinen Gas rein. Das hatte ich ganz falsch an. Und der Vogel hat was getroppt. Äh, Raw Pultry. Ach, wenn ich die mit dem Gas töte, kriege ich auch Fleisch von den Tieren. Nee, das hat nichts damit zu tun, alle Vögel lassen dieses Hühnchen fallen. Das ist aber... Alle Vögel lassen Hühnchen fallen. Hä? Ja, das unfertige Hühnchen. Aber halt mit... Das unfertige Hühnchen, wow. Mit den Hunting Weapons ist es halt eine höhere Chance, das zu bekommen. Die Beschreibung, das unfertige Hühnchen. Ich nehme mal ein Kartoffeln. Wie soll ich denn das sonst beschreiben? Wer wisst, was ich rein? Ja, aber trotzdem. Einfach nur trotzdem. Upsi. Wart auf mich, CJ, wo bist du? Ganz zwei Karotten an, okay? Ja, wir werden gleich ein... Im Lager oder im... Im... Wart auf, wie kann man so essen? Die füllen so viel auf schon so an. Das kann man machen, muss man nicht. Ja, die füllen sich schon so viel auf froh. Na, Miso, wie weh. So, von hier aus solltest du den Weg eigentlich schon kennen. Den ist immer oft genug nach unten gelaufen hier. Glaube ich. Ich weiß es nicht. Der geht nicht den Weg, oder? Alles klar. Ja, irgendwie war unser... Hallo, hallo da unten. Hallo. Ich kann nicht vor dem Einkommen eigentlich eine Falle machen, aber nicht. So. Ich komme da nicht auf. Ich bin der Vorgang mit meiner Gasattacke. Vergase dich. Wieder genau in meinem Vergasrenz. So, ähm, wir brauchen Reis. Also Reis-Samen. Aber der ist richtig. Wir gehen erstmal, ähm, also nicht ich. Also nicht wir, sondern ich und Sticky. Wir gehen mal ganz kurz auf unser... Mein Schiff. Dann mache ich dir mal zwei Silber. Ja, wenn ihr Gold findet, fanden wir Scheid. Auf meinem Schiff wahrscheinlich nicht. Oh, jetzt bin ich auf... Naja, man kann ja nie wissen, CJ. Natürlich, ich habe hier... Ich habe hier eine riesige Erzader auf meinem Schiff. Ja, genau. Bitte schön. Kann ich ja nie wissen. Wasserfarm, Wasserfarm, Wasserfarm. Ja, Marinko, machen wir. Aber als Vorbereitung werden wir erst noch, ähm... Aber Wasserfarm, ich kann Wasserfarm. Ich habe ja... Ja, fahr mal Wasser. Und ich werde in der Zwischenzeit versuchen... Was kann man Wasser machen, denn? Während du versuchst, Wasser zu machen, versuche ich auf irgendeine Art und Weise... Aber was kann man... Reis-Samen. Äh, wir werden ein Reisfeld machen. Aber dafür braucht man auch kein Wasser. Natürlich braucht man dafür Wasser. Wir pflanzen erst die Sachen an und setzen das, was wir dann gebaut haben, unter Wasser. Dann ist das dauerhaft bewässer und wächst schnell. Äh, gebaut sich nicht von selber ab? Oder ist das... Vielleicht wurde das gepatcht, so. Nein, das baut sich nicht von selbst ab. Du musst halt die ganze Zeit durchmachen. Aber du musst es halt nicht... Du musst es halt nicht die ganze Zeit wässern. Das passiert dann von selbst. Oh Gott. Da aus dieser Gegner abgeraufen. Ich habe heute gerade eben noch... Friend, Friend. Ich glaube, wir brauchen eine extra Essenskiste. Wir haben zu viel Essen. Kommt zu glauben, dass ich das mal sage. Hä, nein. Wir haben nichts zu veressen. Wir können nichts zu veressen haben. Also meine Kiste sagt was anderes. Ja, deine Kiste sagt viel. Oh, tut sie. So. Ich habe mal ganz viel... Warte, ich gucke mal, wie viel Wasser ich jetzt schon mittlerweile schon habe. Das sind Special Materials. Oh, der aufs Appelkuss bei dem Double Jump war ja easy. Jo. Ich habe insgesamt schon... Also hast du jetzt auch Double Jump. Dann musst du jetzt auch... Ich habe 32 Wasser. Was, dann muss ich jetzt? Dann musst du jetzt eine Goldform. Dann bekommst du auch... Ach so, für die Kugel. Genau. Ja, kannst du mir... Wenn du über... Wenn du über 10 Goldbachen hast, kann ich auch weg haben. Da müssen wir uns jetzt irgendwie rein... Echt wahr, das kriegst du schon. Okay, danke. Oh Gott. Das war das... Oh, 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 das war das... Doch, äh, doch... Mit Flammenwerfer ist ein Hunting-Flammenwerfer, denn ich kann... Ich habe einen mehr Gegner gekehrt, der hat ein Fleisch getroppt. Das war kein Vogel. Das ist geil, wenn ich mir Gas, äh, Gas, die geht natürlich, dann droppen die Miet. Das ist gut. Ah, naja, einige, nicht alle. Apropos Hunting, dann haben wir auch irgendwo Hunting-Sachen. Das finde ich geil, dass ich hier... Fleisch trotten, da kann ich... Haben wir einen unendlichen Fleischbrat wieder... Ach, irgendeiner von euch hat doch vorhin gefragt, was man mit diesem Voli-Viata-Powder machen kann, oder? Ja, ich. Ähm, Flares. Geil. Was kann man mit Flares genauso machen? Nur nichts, ne? Das ist eine werfende Fackel, so gesehen. Nicht wirklich hilfreich. Hilfe. Ah, ich habe... Von wegen Hilfe. Ich brauche keine Hilfe. Ich glaube, ich werde mal ganz kurz auf den Outpost gehen und gucken, ob ich da irgendwo Mais herbekomme. GAS, 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 GAS. GAS, GAS, GAS. Warte, ich werde gerne töten. GAS, 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 GAS. Warte, 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 wenn ich die mit meinem Gasbogen töte, kriege ich manchmal Fleisch. Also nicht die mal bitte töten. Wer? Du da. Die dort meint immer Fleisch. Die dort meint manchmal Fleisch. Ich muss die mit meinem Gas töten. GAS. Nee, das sieht nicht wirklich so aus. GAS. Wenn ich ein Verkäufer wäre, der Reis verkauft, wo würde ich mich hinstellen? Äh. Du verkaufst der Sache. Also hier ist das Boast. Wahrscheinlich zum Chinesen. Das ist ein guter Punkt. Reis ist richtig lecker. Jo. Reis, schön chinesisch. Reis ist immer lecker. Chinesen wissen etwas Geiles. Milchreis geht so, aber normaler Reis, ja, lecker. Ich brauche auch Plant Pibers. Nein. Wer von euch verkauft Reis? Ich brauche Plant Pibers und Robes zu machen. Ich brauche Robes. CJ weiß darum. Ich finde leider gerade kein Reis. Was? Ich finde keine Möglichkeit Reis, also Samen zu kaufen. Wie kann man kein Reis finden? Ich weiß. Wir werden es mal anders probieren. Ihr macht ja mal Licht. Ich weiß nicht, ob das jetzt immer noch so ist wie damals in der Beta. Aber man konnte nur einige Pflanzensorten unter Wasser setzen. Ansonsten die anderen Pflanzensorten sind dann dauerhaft ersoffen. Also haben sie sich selber abgebaut, wenn man solides Wasser drauf hat. Das ist kein Gold oder das ist einfach nur Kopfhörer, oder? Ja, bestimmt. Muss mal gucken. Goldtiepfer. Das ist ja eine Oberfläche, das ist doch kein Gold. Wir sind ja nicht in Terrarier. Das ist aber auch nicht an der Oberfläche. Doch. Bei meiner Welt war es schon mal. Achten, da fliegt ein Apfel zu dir. Suchen wir mal eine schöne Wasserquelle und gucken mal, ob das entweder unser ganzes Imperium zerreißt oder unsere Wasserprobleme löst. Ich glaube, es dreist in sein Imperium. Ah, wir werden es gleich sehen. Food for less. Danke für das Stepping. Ich tippe mich hoch und tippe mich dann zu CJ. Weil ich Bock auf Dasein hab. Dasein hab. Okay, alles klappen. Dasein hab. Dasein hab. Oh, wenn ich mich tippe, tippe mich zum Gate. Warum nicht? Dasein hab. Warum denn ich hab an meinem Gate? Keine Ahnung Links Ich bin im Ladebildschirm Keine Ahnung, ich bin Karotten sammeln Ja LOL Hier sind riesige Blumen Ich töte diesen Baum Ich baue diesen Baum, denn der ist richtig geil Da kann er richtig geiles Holz mitmachen Und hier sind Radieschen Oder Keine Ahnung Was ist das? Nein, ich meine der Gegner Gegner rette ich Oh mein Gott Das Gegner rette ich Ich habe ein Eisenohr Das an der Oberfläche ist Warum auch nicht Was ist das? Der Gegner rette dich Oh mein Gott Was? Der Gegner, du sollst dich retten Ach, riesige Blumen Ach, Hype Habe ich doch gesagt Ich habe riesige Blumen Geil Wir haben ein paar mit Giant Flower Patches Was kann man damit machen mit den Giant Flower Patches? Keine Ahnung, Mariko Let's find out Oh, da sind ganz viele Radieschen Nom 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 Erstmal, erstmal ausreichend Die droppen was? Die droppen was? Was droppen die? Bei mir droppen die nix Wenn ich den Flammenwerfer kille, droppen die dann glaube ich Asche oder sowas Ich finde ich voll so bacharisch Die droppen Asche Ähm, Asche Nein, das ist Living Roots Die droppen Living Roots Ach so, ja Kannste mal mitnehmen Ich glaube zwar nicht Das ist sonderlich wertvoll Aber nimm es mal mit Kann ich die Blumen irgendwie mit meinem Flammenwerfer fällen? Mann? Das ist die Zeit Loll! Unsere Zeit, wie das kleine Viechte obenrum wappelt Was soll knuffig Wo bist denn du? Ich schaue weiter nach links Man muss eben ein McCord machen Mann, wenn wir da und mit keinen Flaufer füchern Oh mein Gott Stirb an meinem Flammen Ich werde mit so ein schönes Bettchen in meinem Zuhause Na, jetzt hast du dir auch eins gemacht. Endlich mal ein bisschen mit Luxus. Ich hab ein Sleeping Bag, ich hab ein Sleeping Bag. Das reicht mir schon. Oh mein Gott, eine Riesenradition. Das ist ein Bassradition. Hä? Ach, Kuckapot. Nice. Ich bin gerade auf deiner Flammen. Bei mir ist ein Bassradition. Bei mir ist ein Bassradition. Ja, ganz ruhig. Mein Zuhause sieht fast schnell aus wie deins. Seht nur noch zu fern ist. Nice. Es hat nichts getroppt. Es hat nichts getroppt. Ich bin gerade dabei, neue Pflanzensorten zu unserem. Loll, wie geil ist das? Loll. CJ, bist du bei der Farm? Haben eine geile Kiste gefunden, CJ. Was übersiehst du alles? Da war eine Kiste. Loll, ich hab hier gerade Sternenstimmregen. Das sieht ja mega aus. Wo seid ihr? Wir sind ein bisschen um den Planeten rumgelaufen. Sehen wir irgendwie anderen Planeten, CJ? Kann das sein? Ne, wir sind auf demselben. Wie vorhin auch. Giant Flower Table. Blueprint. Ja, ich hab ein Saxophon. Ich hab ein Saxophon. Ich kann auch Musik machen. Oh Gott, warum kann der immer die Musik sagen? Ja, mein Pizza von meinem Flammwerfer ist, wenn ich mit dem über Boden gehe, baute Blumen ab. Rede langsam, du redest zu schnell. Mö, muss mir wie, muss das sagen. Hörst an alle. Oh. Hey, da hast du eine Quest bei mir. Ja, ich auch. Rette den Typen. Der wird gerade gekillt. Welcher? Weiß ich nicht. Hand. Halt doch mal ein Sept hier. Hand de Tinnig. Hä, ich hab gar keine Quest bekommen. Ach, hier. Ey, der verkauft, der verkauft Flares. Ja, sie sind unnötig. Die kannst du dir selber machen, wenn du sie brauchst. Ja, aber ich sag' ja nur. Ach, bei dem hab ich die primitive Zelle, Toilette geholt. Ach, du warst bei dem schon? Ja. Was übersiehst du denn alles? Der hat aber, der hat keine Quest bei mir. Als ich hin hatte, hat er keine Quest. Ja, nehmt mal hier die ganzen Korn-Sachen mit. Guck mal meinen Helm an. Jetzt hab ich einen geilen Helm. Sieht das nicht geil aus? Kommt drauf an. Ich hab keine Ahnung, wo du bist. Ja, ich bin... Warum läuft immer weiter noch nicht? Irgendjemand verhungert. Ich nicht. Oh ja, oh ja, ich... Warte, hab ich noch was? Oh hier, mein Helm. Ist ja nicht geil. Ja, ich hab noch eine Klappenpilz. So, mehr hab ich nie mehr. Warte, hab ich noch was. Damit ich dir extra auf die Nerven gehen kann. Hm? Warte. Hm? Äh, 12 Days of Christmas. Ist das ein Copyright-Storn? Weiß nicht. Oh Gott, mach das aus. Wie mach ich Musik aus? Tu die... Tu das Ding einfach weg. Ach so. Da war noch ein Team. Ich kann ein Gino-Bass machen. Ich hab das Excalibur, man. Bei mir kommt Blitze... Oh, was ist das hier? Warte mal, da schläft einer. Schlafe ich da drin? Nein, ich mein hier, in dem... In dem Zelt, da schläft einer drin. Da kommen so kleine Herzchen raus. Ich find es sogar ganz gute Musik, find ich. Mit Saxophon, auf jeden Fall besser als normal. Jedenfalls ist da nichts drin in dem Mund. Das ist Jingle-Bass. Nein, ich spiel das Jingle-Bass. I'm gonna say you're aware of life-signing and it's mine if you're in general and it's such a good core-fragment-signing. Okay, da ist irgendwelches Leben da unten. Also gehen wir mal runter, ne? Ja, aber ich möchte das mal wissen... Da waren wir schon, da waren wir schon. Was war das Lager, was wir gefunden hatten? Red nicht so schnell, verdammt ne Scheiße, ey. Da waren wir schon, das war das Lager, was wir gefunden hatten. Ach so, okay. Ich war da nicht so. Kannst du jetzt bitte das Getürtel ausmachen? Ich war da auch nicht dabei. Bei mir unten ist da so einer mit gelbem Pfeil. Hey, das ist der Typ, den wir killen sollen. Was ist? Geil. Oh, ich wollte Quest auch machen. Bring the four ten... Wir sollen zu Esther Bright at Arc. Wir sollen zu Esther Bright at Arc reden. Nein, ich muss woanders hin. Ich könnte ja mal meinem Kompass folgen. Ach so, da muss ich... Ach, ich muss mit der reden, mit der Frau da, weil wir die Quest besiegt haben. Bei mir steht auch Esther Bright at Arc. Ach stimmt, ja, weil wir unsere Schiffe funktionieren jetzt. Ach so, das... Wo ist das Arc? Ja, das habe ich später. Die Arc ist vom Outpost noch ein bisschen weiter nach rechts, da ist noch ein zweites Tor. Ach so. Nein, kein Tor, das ist einfach nur weiter, das ist kein Tor mehr. Das geht einfach nur weiter. Ach, es geht einfach nur weiter, okay, ja. Einfach mal gucken. Ich gehe mal zu dem Typen. Hey, ich habe die Quest beendet. Warum kriegen wir jetzt keine Sachen von dem? Die Musik von dir müsste eigentlich Schaden an Monster und Team machen. Ja, das ist echt so. Aber ernsthaft, warum... Hä? Wir haben die Quest nicht beendet. Ja, ich habe nichts bekommen, aber gleich eine neue Quest von denen bekommen. Ich nicht. Ja, ich glaube, das ist auch nichts. Du, Timber, zu Latama. Ist das Latama? Ich kriege ja keine neue Quest, aber habe ich einen Lootbacker oder so bekommen? Nö. Noi, hallo. Ey, wer ist Latama? Ich habe gerade Timber gekräftet, aber wer ist Latama? Keine Ahnung. Ach, da oben ist der Kompass, ey. Okay, gut, dass ich jetzt mal weiß, dass es hier einen Kompass gibt, Mann, Leute. Ja, die Quest zeigt immer an, wo du hin musst. Und ich glaube, dem werde ich jetzt auch mal folgen, weil ich habe keine Ahnung, wo du hin musst. Ich gehe zu CJ, ich gehe nach oben in mein Schiff und dann schaffe ich mich zu schließen. Warum kommen wir mal zu mir? Weil ich keine Mission habe und mir langweilig ist. Achso, okay. Boah, guckt euch diesen wunderschönen Sonnenaufgang an. Da können wir das Schwertdeck packen hier. Ach, da bist du jetzt, CJ. Ach, das bist du, hallo. Da unten ist eine Chess, die keiner entdeckt hat. Ich glaube, jedenfalls, dass es eine Chess ist. Die habe ich gekillt. Die habe ich entdeckt. Die habe ich gerade eben gelootet. Dann baue sie doch ab. Da habe ich das Axophon hier. Ich baue sie doch ab, Mann. Diese Bäume sind geil. Diese Bäume sind geil. Die dort haben nämlich gar keine besonderen Sachen. Deswegen baue ich die nicht ab. All things. This is hell things. So, was möchtest du haben? Oh, der Baum fällt. Das ist der gleich. CJ. Mein Kopf ist ja gerade nicht wohl ein Wolke gewesen. Warum kann ich kein Holz aufsammeln? Denkst du irgendwie? Will ich nicht. Hä, nee, das lag nicht. Das lag nicht. Hä? Warum? Ach, das ist meine Metapher. Nö. Hä? Doch, du lagst. Und zwar ordentlich. Le. Du hast gerade den Moonwalk rückwärts in der Luft gemacht und hast dich dann nach 5 Uhr über die ganze Welt teleportiert. Das ist der beste Bewegung mit Modus. Hä? Sehen die schaubt irgendwie anders aus? Irgendwie wie ein Broforce? Vielleicht ist das Broforce fest. Nein. Geil, ein Pilz. Erstmal killen. Roasted. Nice. Du bist. Du bist eine Seed. Du bist eine Seed. Du bist eine Seed. Du bist eine Seed. Ja, ich krieg gutes Internet. So. Das ist Nahrung. Wir haben jetzt wirklich das Problem, dass mein Lockett... Ich hab Reis. Ich hab Reis. Ich hab Reis. Ich hab Reis. Falls irgendeiner von euch Nahrung braucht, kommt man in meinem Schip locker. Ich glaube, ich hab allmählich Platzprobleme. Oh ja, hab ich Reis. Wahrscheinlich von mir. Den hätt ich gern. Wenn's Samen sind. Wenn's die Frucht von dem Reis ist, dann nicht. Ganz normal Reis. Nee, dann kann ich damit nix anpacken. Ich TP mich zu dir. Zu, äh, zur normalen Base dann, ne? Jo. Miau. Miau. Ich muss ja erstmal ein bisschen Zeuglos werden. Äh, warte, ich will erstmal zu dir kommen, damit ich, äh, zu, äh, zu, äh, zu, äh, zur Farm. Ja, dann teleportier. Ich bin grad auf meinem Schiff. Ja, ich TP mich grad schon. Aber ich kann eh von deinem, äh, Schiff aus, äh, noch PINDAO machen. Gut, und ich muss jetzt zum Outpost. Ich muss mal nämlich was verkaufen. Okay. Ich brauch noch Beut. Okay, sie sind fast tot. Hm, was, wo? Sie sind fast tot. Er ist tot. Hier kann ich einige Sachen ernten. Wie Cotton. Wofür auch immer ich Cotton brauche. Baumwolle. Und wie dieser Beep. Und Pearl Reeds. Und Pearl Peas. Hm. Und noch mehr Cotton. Und, nee, die Karotte ist noch nicht fertig. Kann ich für dir Sachen verkaufen? Jo. Dann verkaufe ich bei dir. Bringt das irgendwas? Nee, ich war nicht. Ich meine. Hm. Die geben nicht wirklich was. Mal kurz gucken, ob die Flower oder diese Blumenverkäufer was anderes dafür geben. Ich komm auch zum Outpost. Jetzt hätt ich eigenständig Silberorfer von der Quest bekommen. Null. Nee. Nee, auch das bringt mir nichts. Zehn. Gibt's auch zehn. Ähm, wo ist denn jetzt Talk to Eschta Bright at the Ark? Wo ist denn das? Das machen wir, das machen wir nicht. Du kannst dich mal zu einem von uns teleportieren oder zur Ark. Achso, nee, nee, nee. Zur Ark. Ja, äh, teleportier dich mal zum Outpost. Ich erwarte dich da. Sie erwarten mich da. Das ist aber schön, dass sie mich da erwarten. Ich erwarte dich da. Hallo. Hi, Marcel. So. Ja, da bist du. So, Sticky, ähm, to your right. Da geht's lang. Ja, okay. Schneller. Schneller. Alles im Boot einsetzen. Außer der CJ. Immer ruhig, einfach so. Immer weiter. Das war mein einzelnes Portal, aber mittlerweile nicht mehr. Warum auch immer. Ähm, warte, ich muss mal hier. Im Laufen versuche ich mich gerade zu heilen. E. Okay. 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 Nee, 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 nee. Warte mal, ich glaub. Doch. Für dich ist auch eh gut. und erster der scanner was es gibt zu lernen war bauter auf post in der skype hat bekommen er kann man sich nicht mehr objektiv okay da guckt man ja immer so ich muss noch mal reden mit feste dann bilder aus erinnern Wir haben doch schon. Egal. Geht es noch weiter rechts? Es sind Tentakel. Hier sind Tentakel. TJ. Ja, hier sind Tentakel. Ach so, ja. Erzähl die Geschichte von diesem Teil. Atlantica? So, jetzt werde ich erstmal serious mit unserem Feld arbeiten. Ich booste mich. Ich habe nur süßkartige Objekte für die nächste Mission hier. Jo, ich gehe jetzt auf dem Outpost und gucke mir mal ein paar Sachen da an. Ja, ich bin auf mein Schiff hochgegangen und wieder zum Outpost rein. Äh, wo gehst du hin, Dings, da? Du kannst von dem Portal aus da zu Dings zum Outpost dipp gehen. Ist egal, das ist ein kleiner Weg, man. No. Okay, ich habe schon ein Viertel das Ding voll von dem Scan. Einfach alles scannen, was hier ist. Äh, wie kann man es scannen? Äh, wie Klikkerit ist! So, end. Hey, warum soll ich alles scannen? Achso, hier, achso, das ist die Mission ist. Das ist die Mission. Alles, was blau ist, wenn man scannen. Nee, nicht alles, was blau ist, alles, was grün ist. Nee, einfach alles. Oder alles. Alles, alles. Hey, warum muss ich nicht alles? Ich habe, ich habe, ich habe, ich habe drei Viertel das voll. Ich bin bei einem Drittel oder so. Wo steht das denn? Ach da. Bei aktive Quest. Vielleicht bin ich dann lange nicht fertig. Es muss alles rot werden, oder? Jo. Keine Ahnung. Ja, alle Lampen. Warum soll ich alle Technologie erforschen? Meine Güte. Technologien erforschen ist anstrengend. Alter, wie lange... Ich bin noch nicht mal ansatzweise fertig. Sogar die kleinen Lampen. Oh mein Gott. Wie lange soll das dauern? Nee, es sind nur die grünen Objekte. Du musst nur die grünen Objekte scannen, habe ich herausgefunden. Auch die blauen. Auch die blauen. Nein, die blauen bringen nichts. Welche grünen Objekte? Hier sind keine grünen Objekte bei mir. Das sind nur blaue. Doch die blauen bringen dann auch nichts. Guck mal bei den Shops. Die Shops sind grün. Bei mir sind die Shops blau gewesen. Und ich musste die hier probieren. Das sind ja einige Shops. Da oben ist es blau, es geben die was? Nö. Von mir sind die Sachen... Hier, das Design-Teil ist grün. Das Teil hier ist rot. The thing generates power. Ich weiß nicht, ich habe hier eigentlich schon alles abgesucht. Ich weiß ja nicht, was ich... Ja, das soll ja mal zum Beispiel eine Tür hier. Warum auch immer die grünen? Also ich habe es. Äh, ich noch nicht? What the fuck? Leute, was? Was ist? Was ist? Ich habe die Quest gerade abgeschlossen, habe mit dem Typen geredet und ich wurde auf einmal gerade Rennen teleportiert. Ey, ich finde nicht, was ich noch machen muss. Wolltest du an einem Schiff teleportiert? Nein, ich bin in einem Eisgebiet. Oh, ich glaube, hier ist das mit dem... Ja, das Ufo-Gebiet. Das ist das Ufo-Gebiet. Mann, ich finde es nicht. Warum wolltest du zum Ufo-Gebiet teleportiert? Ja, ich finde auch nicht mehr. Ich habe gerade mit dem Pinguin geredet. So, Leute, das... Echt da unten? Ja, da unten, das. Und dann hat mich der Pinguin angeredet und hat mich... Hat mich teleportiert. Ja, warum machst du das denn auch? Weil der Typ mich angesprochen hat. Ach so, und Marinko erst mal, ne? Ich bin dabei. Ja, bei den. Sarah, bei mir steht hier noch. Ach so. Ich bin hier runtergegangen. Vielleicht ist es nämlich da, dachte ich. Ah ja, hier, das Grüne. Ganz unten, da musst du ganz runtergehen. Wow, ganz unten ist auch noch so grün. Wow, mir fehlt nämlich nur ein grünes Teil noch. Ja, das war ganz unten. Hab ich doch gesagt. Hört mir alle nicht zu. Ja, jetzt ist da ein Pinguin. Der Pinguin hier, bla bla bla. Nein, den müssen wir nicht ansprechen. Nicht ansprechen, den nicht ansprechen. Das ist eine Mission. Ja, der hat die... Return to Insta at the Ark. Ah, okay, ja. Ja. Alter. We need to start finding these artifacts. Ich fand die Mission war das Schlimmste gerade, ne? Ja, der Florian ist der erste. Their colonies will contain vile clues to its variables. Wat? Ich TP mich zum Ark. TP dich zu mir, ich bin direkt da. Ich hab mich zum Ark teleportiert. Das sind die Portalband von Ark. Okay. Kennen wir einfach hin. Okay. Ähm. Kurze Erklärung. Wir müssen jetzt wirklich unseren Planeten verlassen. Wir müssen eine Avian... Äh... Artefekt... Also... Eine Base von denen finden. Gentle Stars. Die findet man... Findet man in der Umgebung von Gentle Stars. Genau. Was sind denn Gentle Stars? Harmlose Sterne. Achso. Was hab ich jetzt bekommen? Äh... Noch ein Tech Card und einen... Äh... Meta Maniflator. Kann ich schon irgendwas upgraden? Bei einem Lawrence News ist... Ähm... Ich kann Paint Mode upgraden. Ja, ich hab jetzt ein Paint Mode. Okay, ich brauch Essen. Ich brauch Essen. Ich sterb gleich. Komm zu mir. Ich hab Essen. Ich hab ein Paint Mode für mein... Ähm... Auf dem Schiff. Ich hab ein Paint Mode für mein... Essen. Der ist übervoll mit Essen. Ich komm auch. Ich komm auch. Oben auf meinen Namen klicken. To Ship. Oder einfach zu deinem Schiff teleportieren. Da. Guck in meinen Kisten. Guck in das Ding da rein. Ist alles voll. Welches Ding? In welches Ding? In Locker. Achso, den da. Was hier? Oh mein Gott. Ich nehm Reis. Hier. Nee, auch hier nicht. Da. Der Locker. Ich find's nicht. Da. Wo? Welches Metall? Da war's. Der große Locker. Du bist echt locker da drin. Ha. 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 Boah. Wo ist dein Lagerfeuer? Ich brauch da. Das ist da. Wir singen das Lagerfeuerlied. De 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 de. Okay. 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 Ein bisschen mehr. Ich nehm mir da einfach mal ein bisschen was raus. Und so ein bisschen. Guck da an. Nimm das nur genug, dass du mir lebt. Ich hab auch ein bisschen Fleisch jetzt dabei. Und Essen und alles. Wo ist meine Home? Da. Äh. Ich glaub spät war jetzt Haus im Bett. Hm. Guck mal. Ähm. Wie kann man jetzt die nächste Quest machen? Scan Objects to Find Floor and Clues. Ja, aber dann müssen wir. Werden wir später machen. Ich werde jetzt erstmal. Wir werden. Sowieso. Weiß nicht. Wie lange wir noch machen heute. Ähm. Wie lange wir heute noch machen werden. Gas. Ja. Hallöchen erstmal Lampe. Einen wunderschönen guten Abend. Gas. Ja. Ich werde jetzt erstmal probieren, ob das mit den... Ob das mit den Samen immer noch gleich ist. Geh weg. Ob das mit dem Anbau so leicht ist. Geh in den Cockpit. Geh zurück. Ja, eigentlich habe ich das Excalibur. Was wirst du jetzt? Ja, was wirst du? Was wirst du? Was wirst du? So. Ich werde das mal so machen, dass das Wasser ja nicht weggehen kann. Auch wenn ich jetzt dafür geschickt diese Tür da rausreißen muss. Entschuldigung. Und jetzt ist die große Frage. Wo ist mein Wasser? Da. Ah, ist das noch? Ich habe Wasser dabei. Ich kann ja welches hinsetzen. Ja, warte. Ich will das mal rausfinden. Ich droppe das Wasser. Ich droppe es. Oh. Das darf keine Wand. Das ist ganz viel Wasser. Halt. Das ist 35 Wasser. Aua. So, jetzt. Tu das mal alles hier innerhalb der... Innerhalb der was? Innerhalb von hier das Wasser blenden. Ey, eine Frage. Du hast doch... Du hast doch... Hau raus. ...diesen Sieler, dann kriegst du Pfeil bei dir im Schiff. Ja, wie soll ich denn nicht? Mehr habe ich nicht. Äh... Korn? Aber es sollte reichen, glaube ich, oder? Einige Pflanzen hat es abgebaut. Ja, was ich auch noch da bekommen. Ich habe noch Kornseeds bekommen. Ja, die sind eben abgefallen. Jetzt gehen die nicht mehr weg. Wenn man die dahinter ist, geht die nicht weg. Ich glaube, das war zu viel. Das darf wirklich nur ein ganz kleines bisschen Wasser haben. Jetzt okay. Guck mal, jetzt ist es okay. Dann jetzt ist er... Jetzt bewässert das automatisch, glaube ich. Yay. Wenn du es da runter machst? Keine Ahnung. Das scheint nicht so das wahre zu sein. Das glaube, funktioniert wirklich nur mit Reis. Wir werden also wirklich eine Reisform anbauen. Ja, was? Du hast doch diesen Lieder in einem pinken Kristall da in deinem Raumschiff. Aber wieso habe ich den nicht? Den habe ich auch nicht. Den habe ich irgendwann mal gefunden, nachdem ich das Teil zum ersten Mal geplattet habe. Ach so. Ich glaube, das ist aber... Das hat keinen wirklichen Sinn. Das ist nur eine Trophäe. Oh. Cotton Seeds. Ja, das baut sich automatisch ab. Wie läuft's? Ja, es läuft ganz gut. Wir überleben derzeit. Also wir machen Fortschritte. Je nachdem, wie man es nimmt. Das stimmt leider wohl. Also unser Versuch mit dem Reisfeld ist derzeit noch am... Am scheitern. Immer mal Dünger hierhin. Warte, immer mal Dünger hierhin. Warte. Ich dünger mal das Feld. Das sieht so komisch aus. Ja. Und da fucke ich es danach ab. Haben wir noch ein paar... Karötchen. Ne, das ist Reis. Nein, das Wasser wird verbraucht. Von den Blöcken. Oh. Damit kann ich also Pflanzen abbauen. Wir storben counter over 9 billion. Äh, warum ist hier keine Tür? Ja, hab ich rausgerissen? Weil ich den Wassertest machen wollte. Was davon ist Reis? Ich vergate das mein CJ. Ja, ja. Äh. Potato. Plans. Weizen. Ja, das ist leider alles nicht das, was ich suche. Doch, doch, das ist alles, was du suchst. Das ist alles, was du brauchst. Marcel, kannst du mal bitte aufhören, mich die ganze Zeit zu nerven und mal irgendwas Sinnvolles machen? Dankeschön. Nicht so geil. Ja. Versuch mal einen Block unter den Pflanzen Wasser zu machen. Einen Block drunter. Okay. Stimmt. Also so. Kann man hier in Minecraft auch alles kaputt zu machen? Nope. Ach, schade. Fitness? Ähm, ich hab grad im Twitch-Chat den Tipp bekommen, dass ich's so hier machen soll. Oh mein Gott, ich hab Leder bekommen von einem Viech. Dass das jetzt die Pflanzen wässern tut. Ist Leder selten? Ich bin mir aber nicht sicher, ob das funktioniert. Leder? Nee, nicht sonderlich selten. Vielleicht hast du das mit Minecraft verwechselt. Bei Minecraft geht das so. Ja, bei Minecraft geht das, ja. Es gibt aber... Ich bin mir nicht sicher, ob das funktionieren wird, weil es gibt speziell Sprinkler dafür. Alter, es sind Bäume hier oben. Ist verrückt. Das ist auch eine Quelle an Holz. Wie könntest du mal ein paar davon fällen und neu aufstellen? Falls wir noch Holz brauchen. So, Weizen. Weizen kann man stacken. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich weiß nicht. I don't know. It's a miracle. Tischgeräusch. Bad, bad noise. Jetzt hab ich meine Hole natürlich nicht mit, oder? Verdammt. Ja, die ist drin in seinem Band, so kann das sein. Die hab ich mit. Da. Ich hab doch an alles gedacht. Ich hab mich mit gpasset. Darf aller Améric indicated.